Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Klarstein Grand Breeze Eco 12K mobile Klimaanlage. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Klimagerät für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazenangebot zur Klimaanlage werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Der Sommer steht kurz vor der Tür. Auf die warmen Temperaturen freuen sich viele Menschen. Draußen ist es schön, wenn man schwimmen geht, aber in der Wohnung will man es eigentlich lieber ein bisschen kühler haben. Und genau da kommt so eine Klimaanlage ins Spiel. Mit dieser kann man die Wohnatmosphäre deutlich angenehmer gestalten. Das ist wichtig zum Beispiel im Homeoffice, wo ja vermehrt Leute zur Zeit arbeiten, aber auch im Schlafzimmer. Wenn es da zu warm ist, können viele Leute nicht schlafen und das ist natürlich unangenehm. Und mit so einer Klimaanlage kann man da eben gut gegenarbeiten. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause Klarstein geboten wird, würde ich für eine Klimaanlage mit dieser Ausstattung als ein faires Angebot bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich die passende Klimaanlage ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Klimageräte auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Ideale Temperaturen. Die Klarstein Grand Breeze Eco 12K Klimaanlage zeigt sommerlicher Hitze die kalte Schulter und schafft drinnen aufs Grad genau die Temperatur, bei der du dich am wohlsten fühlst. Egal ob im Büro oder zu Hause. Abkühlung ist mit der Grand Breeze Eco garantiert. Mehr Power. Mit 12.000 BTU Schrägstich 1,35 kW Kühlleistung unter der Haube erzeugt die Klarstein Grand Breeze Eco 12K Klimaanlage angenehme Wunschtemperaturen zwischen 18 und 32 Grad Celsius in deinen Wohn- und Arbeitsräumen. Dabei versorgt die mobile Klimaanlage Räume mit bis zu 59 Quadratmetern mit einem Luftdurchsatz von bis zu 460 Kubikmetern pro Stunde. Sparsam. Leistung muss dabei nicht teuer sein. Sie ist so sparsam, dass sie sich die Energieeffizienzklasse A plus verdient hat. Ein dreistufig einstellbarer Ventilator verteilt die gekühlte Luft als sanften Hauch oder kräftige Brise im Raum. Timer. Ein programmierbarer Timer startet oder stoppt die Klimaanlage nach Ablauf der gewählten Frist, während der Schlafmodus den Kühlbetrieb langsam reduziert. Alle Funktionen der Klimaanlage kannst du entweder am übersichtlichen Bedienfeld des Geräts oder per Fernbedienung einstellen. Elegant. Mit klarer Linienführung und elegantem Gehäuse fügt sich die Klarstein Grand Breeze Eco 12K Klimaanlage geschickt in alle Wohn- oder Arbeitsambiente ein und behauptet so souverän und unauffällig ihren Platz am Fenster. Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Was die mobile Klimaanlage aus dem Hause Klarstein anbetrifft, bin ich insgesamt betrachtet der Ansicht, dass es sich um ein faires Angebot für ein Klimagerät handelt. Ob es für dich die passende Klimaanlage ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild. Zur Klarstein Grand Breeze Eco 12K mobilen Klimaanlage. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Alles Gute. Ciao.